Ich begrüße Sie auf meinem Kanal Kündigungsschutzklage. Mein Name ist Gerd Klier. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Sozialrecht. Sie haben eine Kündigung erhalten oder Sie erwarten gegebenenfalls in den nächsten Tagen eine Kündigung, dann sind Sie hier richtig. Auf meinem Kanal stelle ich Ihnen zu verschiedensten Themen Antworten zur Verfügung. Egal, ob es Ihnen um Weiterbeschäftigung geht oder um eine Abfindung oder ein qualifiziertes Zeugnis. Schauen Sie einfach in die entsprechenden Videos. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung unter Telefon 03391 45 40 11. Möchten Sie Ihre Kündigung online prüfen lassen, können Sie das über unser Online-Angebot durchführen lassen. Und zwar unter www.kündigungsschutz-arbeitnehmer.de Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie hin und wieder auf unseren Kanal. Dort sehen Sie immer wieder neue Videos. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Vielen Dank. ... ... ...